Zu einem Großeinsatz mit etwa 120 Einsatzkräften kam es am Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Medius-Klinik in Ostfildern-Ruid. Eine Krankenschwester meldete bei der Feuerwehrleitstelle Brandgeruch auf der Station. Umgehend wurde Großalarm ausgelöst. Christian Rothe, Pressesprecher der Feuerwehr Ostfildern, schilderte uns den Einsatz. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde die umfassende Erkundung aufgenommen. Der Brandgeruch war feststellbar, offene Flammen, offener Rauch war nicht festzustellen. Im Endeffekt war es dann so, dass nach langwieriger Erkundungsarbeit, auch Einsatz einer Werbungkamera, das Vorschaltelement einer Beleuchtung im Flur, sprich einer Lampe, einer defekten Lampe, das wurde entdeckt und das war abgeraucht. Und das hat dann für den Rauchgeruch und die leichte Verrauchung gesorgt. Nach dem Fund der defekten Lampe konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte konnten abrücken. Die Feuerwehr Ostfildern war mit 12 Einsatzfahrzeugen und 68 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit 14 Fahrzeugen und 53 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 14 Fahrzeugen und 15 Fahrzeugen und 15 Fahrzeugen und 15 Fahrzeugen und 15 Fahrzeugen.